Wie kann das sein, dass die nicht, treffe ich sie aber nicht. Wir haben die gleiche Reichweite. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist unmöglich, aber egal. Okay, ihr seid jetzt fünf. Ihr seid jetzt... Mann, wie kann denn das sein, dass die meine Türme zerstören können? Ich habe die gleiche Reichweite wie die Idioten, nur auf zu blinken. Es ist unmöglich, dass die mich treffen, ich sie aber nicht. Das ist totaler Hirnriss. Aber totaler. Ich brauche die vernünftigen Einheiten. Ja, da steht schon ein Panzer in der Liga 2. So, das werden wir erst mal wieder drüben weg. Hier immer noch stehen. Komm schon, wo steht ihr denn? Wo steht ihr denn hier? Wo steht ihr denn? Wo steht ihr denn? Da steht ihr, ja, da steht ihr, ja. Vor allem, als ich vorhin die Packe gebaut habe, aber da gibt es gar keinen Schaden gemacht. Was soll denn der Unsinn? Wird die schon wieder verarscht im Spiel? Ich weiß immer noch nicht, ob ich Leute überfahren kann. Wir müssen einfach mal aus. Ja, es geht. Was wird gebraucht? Die Engländer haben unsere Flanken angegriffen. Wir wollen ein Geile unsere Armee treiben. Ich hoffe, dass sie das gemacht haben. Ja, Kommandant. Nein, Kommandant. Fick dich ins Knie, Mann. Wir werden angegriffen. So, lass uns jetzt noch die da wegmähen. Wir werden angegriffen. Ja, Kommandant, Quaterbefehle. Ach, da sind die. Jetzt bomben sie mal die ganzen Panzer weg. Was wird gebraucht? Warten wir mal eine Bombe. Da oben war noch Panzer, oder? Aber die bauen sie aber schon die ersten noch, ja. Ach nein. Nicht hier. Nein. Fuck. Sollten wir das nicht vorgestellt. Also gar nicht. Das läuft schon wieder nicht gut. Boah, fuck you. Was? Ich habe meine Atelier auch verloren. Ach, komm schon. Das Spiel will mir doch verarschen. Jetzt habe ich schon wieder alles... Herr Lohrenland. Herr Rom, Roar und Montdidier müssen gesichert werden. Soll die Mission Erfolg haben. Hallo, greift den halt an. Oh, fickt euch doch. Wieso machen die Einheiten bei mir nicht so viel Schaden, wenn ich die mal habe? Ach, haben die noch irgendwo Artillerie stehen, oder was? Mit wie viel kommen denn die da? Ach, ganz toll. Na gut. Panzerarmee. Ich habe doch da oben noch ein zweites Ding. Ach, nein. Ach, fickt dich doch. Bauen die hier wieder irgendwas? Ich hoffe jetzt irgendwann mal nicht. Ja, mir ist doch egal. Ich habe gerade nichts zu tun. Also bau dir mal Panzerfabriken. So Flieger haben sie keine mehr. Ich könnte doch Bomber bauen, aber... Die haben eine Reichweite von 9. Die Türme haben eine Reichweite von 9. Warum? Schießen die... Ach, die schießen sogar. Aber mache irgendwie gar keinen Schaden mehr. Ganz toll. Weil ich immer noch Betontürme habe. Was halten die Dinger bitte schön aus? So hört mein Zeug nie so viel aus. Okay, Panzerarmee, komm. Wir rollen da jetzt einfach drüber. Scheiß drauf, was es kostet. Ich habe die Ressourcen. Oh, ich brauche noch ein wenig Artillerie. Ich brauche mir mal vier neue Artillerie-Stationen. Brauche ich Heilung? Nö, die verrecken eh sofort. Wie man eben gesehen hat. Sehr eindrucksvoll. Ja, ja. Oh, da steht noch Artillerie. Ach, jetzt werden die durch mein Krankenhaus geheilt oder was? Ach, f*** dich doch. Ach, leck mich, Spiel. Oh, noch ein paar Bomber. Und du fliegst mal da runter. Solange sie mal die Gebäude nicht nutzen können. Ist es ja egal. Nein. Komm schon, was sagt die Uhr? Ach, ganz toll. Ich werde die ein bisschen schneller, die Panzer bauen. Hörst du, ich kann da noch Sachen bauen? Ich kann da wirklich noch Sachen bauen? Wo kann ich da jetzt noch Sachen... Weil ich den Ballon in die Nähe geschickt habe, wahrscheinlich hier... Obwohl, ich lasse es lieber da stehen. Dann schießen wir in mein Krankenhaus kaputt und werden dadurch nicht mehr geheilt. Aber ich mache gleich so platt, das wisst ihr hoffentlich. Wiesen Reichweite, aber trotzdem fliegt sie bis zum Tunnel. Egal, ich habe hier noch Verteidigung stehen. Ich weiß nicht, wenn ich mich schneller bauen. Und die Türme, kommt schon... Äh, die Panzer... Die Kaserne steht noch... Hier steht da sind Restverteidigung. Die haben scheinbar nicht die Absicht weiter vorzurücken, wie es aussieht. Gut, dann verleib ich mir schon mal ein paar Bomberchen ein. Ein paar Bimberchen. Ja, da kommt ihr eh nicht durch. Nicht mit euren lumpigen Panzern so. Fliegt mal da hoch und schauen, was da noch so abgeht. Fahr doch mal da oben an den Turm hin. Aber sie bauen scheinbar nichts Neues mehr. Ich hoffe jetzt einfach mal... Ich werde halt mal stehen. Da fehlt doch noch eine Artillerie. Jetzt passt's. Schon wieder so ein Penner mit dem Gewehr. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo die immer wieder herkommen. Die wird erstmal das ab, was ihr noch dabei habt. Dann stelle ich auch mal da unten an den Flughafen hin. Ja, Kommandant. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Lass ich erwarte Befehle. Was wird denn? Ja. Wir werden angegriffen. Hä? Hier ist scheinbar sonst gar nichts mehr. Das heißt, ich kann hier einfach durchfahren. Sehr gut. Ja, Kommandant. Wo krieg ich noch irgendwas? Oder wie sieht's aus? Die Bombenräder war nicht mehr fertig. Warte? Sieht aus, als wären das alle Panzer während ich erstmal hier komme. Wir werden angegriffen. Ja, Kommandant. Andersrummer gäbe es mehr Sinn. Und tschüss. Arschloch. Jetzt komme ich euch auf Erholen. Das ist euch schon klar. Haltet halt wenig vor. Habt ihr noch nie mit Kanonen geschossen? Okay. Erwartet Befehle. Erwartet Befehle. Erwartet Befehle. Erwartet Befehle. Sind doch noch so Flieger dabei. Kann ich helfen? Egal, die können auch gleich mit. Obwohl die brauche ich nicht mehr. Erwartet Befehle. So. Erwartet Befehle. So. Landet mal da drin. Fertig. Ja, Kommandant. Wie sieht es mit euch aus? Ihr marschiert vorwärts. Ja, Kommandant. Den zeige ich jetzt, woher der Chef ist. Erwartet Befehle. Hier mal einen schönen Ding kaputt. Jetzt kommen die Penner natürlich, weil die Waffenfabriken nicht geblättert bekommen habe. Ja, dafür sind die Flieger endlich weg. Erwartet Befehle, Sir. Das konnte man sich ja nicht antun. Okay. So, hier unten war noch irgendwo so ein Bomber, äh, so ein Artilleration-Gerät. Zum Befehlen. Und ich finde nicht, dass der Feind Artillerie braucht. Vor allem 12 plus 10er Reichweite, wie kriegt man sowas? Wir werden angegriffen. Das geht nicht. So, hier landet doch schon mal schön. Die Reichweite wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich wage es doch mal zu bezweifeln. Fertig, Sir. Kann ich helfen? Fertig, Sir. Fertig. Nur zu. Ja, Kommandant. Okay. Komm schon, bewegt euch. Und ihr bewegt euch mal aus dem Weg, dann können die sich besser hier aus. Ja, Kommandant. Okay. hinbewegen. Es wäre alles viel einfacher, wenn ich einfach über den Wald drüber fliegen könnte. Woh? Wo denn ihr jetzt hin? Wat? Zur Hölle? Oh Gott, das ist noch ewig weit nach unten, ne? Nur zu. Aber wenn wir schon dabei sind, das werdet ihr nicht schaffen, ne? Ne. Aber das schafft ihr. Adios, Amigos. Ich bin über die Diskussion schon mal erfolgreich für uns gebunden. Ach komm schon, jetzt stell doch diese anderen Fahrer durch. Ja, Kommandant. Not zu. Not zu. Roger. Ganz viel Zeit habe ich nicht. Ja, Kommandant. Okay. Roger. Komm, hört auf mit dem Gruppensex hier. Oh, hier gibt es eh keine Flugzeuge mehr. Raus jetzt. Oh, das ist doch nicht wahr. Drüber. Not zu. Okay. Dem zeige ich jetzt, wer hier der Chef ist. Ja, Kommandant. Ich muss nur noch irgendwie meine Panzer an mir aufgefahren bekommen. Nicht so einfach. Bis sie es anhört. Fertig, Sir. Kann ich helfen? Ja, Kommandant. Ist halt so hilfreich wie ein Fußunfall. Äh. Fußunfall, was? Not zu. Fußbruch. Feinbeinbruch. Ach, leg mich. Rüber da. Kann ich helfen? Fert. Kann ich helfen? Hier wird jetzt Schluss gemacht. Not zu. Ich hab die Ressour... Ach, ich hab Ressourcen. Ich kann noch 10 solcher Armeen aufbauen und einen Fein entgegenwerfen. Wir werden angegriffen. Ach, jetzt kommt der durch, oder was? Ja, Kommandant. Okay. Er wird wohl diskutieren mit meinen. Okay, Diskussion beendet. So, sobald der Flughafen wieder mir gehört, könnte ich im Prinzip schon mal jetzt hier diesen tun, ne? Die Adlerie gleich mal hinterher. Da ist bloß Stacheldraht dran. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre ein echter Gegner. Kann ich helfen? Ja, du kannst da rüber gehen und mir ein neues Dingbums bauen. Ja, Kommandant. Dingsbums kannst du mir bauen. Schönes Dingsbums. Ich weiß nie, wann man mal einen Dingsbums braucht, ne? Fertig, Sir. Kann ich helfen? Unverzüglich. Erwarte Befehle. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Erwarte Befehle. Das stelle ich vielleicht besser auch mal ab. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Not zu. Not zu. Not zu. Not zu. Leria Panzer. Wie soll die jetzt mal im Dorfstation... What the f**k? Wollen wir das Dorf hier hinüber? Das sind doch Freunde gewesen, dachte ich immer. Sehen die schon mal ein bisschen anders Dich bombe ich auch gleich weg Ah, was haben wir denn da noch stehen? Ein Autosave So Den plätten wir doch auch gleich mal Der macht nicht mal was, der ist schon nett von ihm Ist er doch da jetzt drin Einen Griff kann man das aber kaum nennen Das sind ein paar Typen, die sind mit Gewehren Ich hab Panzer, verdammt Okay, das sind sehr klumpige Panzer Aber es sind immer ein Panzer Die laufen ein bisschen schneller Komm schon, ich will euch heute noch abschließen Wir werden angegriffen Wollten ihr jetzt hin Bleibt ihr Ich weiß, was ihr machen wollt Ihr wollt meine Infantilisten töten Wir werden angegriffen Erwarte Befehle Positiv Aber vielleicht lasse ich die mir nicht abschießen Kommt doch her Und lasst euch zum schießen Wenn ihr euch nicht traut, kommt her Sollt ihr euch nicht trauen, kommt her Und wenn ihr euch traut, dann bleibt weg Hingegriffen, jetzt übertreibt man nicht So, bevor ich die jetzt verliere und nochmal bauen muss Komm schon, die Adlerie solltet ihr platt bekommen Zu viele Reichweite müsstet ihr haben Vor allem hat es auch gereicht, um die Flugwelle hier zu plätten Pfff, sind wir auf jeden Fall knapp jetzt Vielleicht beim nächsten Mal Ja Da muss ich mir sogar weiter weg Das war Mist, das Typ ist in Gewährung Ja, du kannst helfen Ich brauche hier eine Kaserne Kaserne hier So, nein, das ist Das passt schon Das war nicht wirklich schön, was die hier tun Aber Das wird mich auch gerade bescheißen Fertig Nur zu Erwarte mir zu Wer kann ich helfen So, für den Fall der Fälle Baut immer mal noch eine Panzerfabrik Nein Das ist aber nicht meine Absicht Nur zu Erwarte mir zu Unten steht noch eine Adlerie Die möchte ich gerne plätten Bevor ich sie So, damit gehört dieses Ding schon wieder mir Damit ich mal aufhänge Hier oben mal Panzer hochzuschicken Wenn sie es nicht schon eh getan haben Stell ich mal hier ein paar Panzer hin So, ich gehe mal davon aus, dass dieser Angriff einmalig ist und nicht nochmal kommt Wenn doch, dann wird es schwierig Dann wird es echt kompliziert Aber es sollte glaube ich nicht, nee Das ist wirklich schön, wenn du noch darum geht es so gut geht es mir geht es mir geht es mir anschließend So, ich gehe jetzt mal vor Dann Erwarte mir Vielen Dank.